Ja, der bundesweite Vorlesetag ist vorbei und wir können sagen, er ist super gelaufen und weil wir gesagt haben, es ist so gut gelaufen, habe ich heute hier Herrn Olaf Müller stehen und Herr Müller, Sie dürfen sich ganz kurz vorstellen, ich weiß bis jetzt nur, Sie arbeiten in Düren und kommen aus dem Aachener Raum und jetzt kommen Sie. Ja, Herr Schröder, zum einen ist es umgekehrt, ich bin gebürtiger Dürener und arbeite im Aachener Raum. Ja, Sie hören das ja schon an der Mundart, da sind eher die Eifelspuren drin und nicht der Öcher-Singsang. Nein, ich bin in Düren geboren und bin da zur Schule gegangen, habe eine Ausbildung als Buchhändler gemacht, dann in Aachen an der RWTH Aachen Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft studiert, bin aber jetzt schon über 25 Jahre bei der Stadtverwaltung und leite in Aachen den Kulturbetrieb der Stadt Aachen. Früher sagte man Kulturamt. Das heißt, Sie sind sehr vielfältig tätig und sind ja auch gleichzeitig nicht nur da tätig, sondern Sie sind ja heute als Vorleser bei uns. Und ich habe hier das Buch Tote Biber schlafen nicht, da werden Sie gleich daraus vorlesen, aber Sie haben ja auch noch andere Bücher rausgebracht, vielleicht können Sie darüber auch ein bisschen erzählen. Ja, das ist ein schöner Einstieg in einen Werbeblock, Herr Schröder, herzlichen Dank. Also alles fing an im Jahre 2016 mit Ruhrschatten. Ich betone Ruhr, unsere Ruhr, nicht die im Ruhrgebiet. Und als ich bei Google immer Ruhrschatten suchte, fragte Google mich zunächst, Sie meinen sicher Kur-Schatten. Nein, Ruhrschatten. Ruhrschatten ist mein erster Kriminalroman um den Kommissar Fett und Schmelzer, beide kommen aus Aachen. Und Sie müssen einen Fall aufklären, der in die Vergangenheit reicht, aber vielleicht auch etwas mit dem Pumpspeicherkraftwerk bei Woffelsbach zu tun hat. Vielleicht sogar etwas mit einem großen GAU in Jülich in der Kernforschungsanlage. Und das, was ich da erzähle, das hat tatsächlich stattgefunden. Danach habe ich mich einem Thema gewidmet, das uns alle hier in der Region beschäftigt. Der zweite Krimi hieß Allerseelenschlacht. Am 2. November 1944 fand dieses grausige Ereignis statt bei Simonskall. Im Mittelpunkt steht ein amerikanischer Veteran, der nach Henri Chapelle kommt, um da zwei Kameraden mit einem Kranz zu ehren. Die sind umgebracht worden von SS-Soldaten, von drei Mann. Und auf einmal wird ein toter SS-Mann im Stausee von Obermaubach gefunden. Und Kommissar Fett macht sich auf die Jagd, denn die beiden anderen scheinen eventuell auch nicht mehr lange zu leben. Ein Kriminalroman, der im Dreiländereck spielt. Maastricht, Eupen, Lüttich vor allen Dingen. Zusammen mit der Kollegin Maren Friedländer habe ich den Kriminalroman Die Macht am Rhein geschrieben. Wobei Frau Friedländer da den Impuls gab und die Macht am Rhein handelt von den ABCD-Städten. Aachen, Bonn, Kolonia und Düsseldorf. Und dort sind viele Skandale. Bauskandale, Tivoli, Oper in Köln, Archiveinsturz, Bau- und Liegenschaftsbetrieb in Bonn, das Kongresszentrum. Und vier aufrechte Politiker, denen Platz der Kragen und die möchten diese Skandale und das, was dahinter steht, aufdecken. Und ein Medienzar aus Aachen wird tot in Köln auf der Rennbahn von Weidenpech gefunden. Und da scheint ein großes Geheimnis hinterzustecken. Das waren die ersten drei. Und heute geht es um tote Biber Schlafenicht. Ich bin total gefesselt, weil ich muss ja gestehen, das habe ich Ihnen auch eben schon gesagt, ich habe die Romanien noch gar nicht gelesen, aber ich bekomme gerade richtig Lust dazu. Ich glaube, die Zuschauer auch. Aber jetzt eine Frage, sind gelernter Buchhändler, sagten Sie, kommt man dann irgendwann auf die Idee, dass man sagt, man hat so viele Bücher gelesen und man denkt, man muss jetzt was Besseres rausbringen? Oder wie ist das entstanden, dass Sie Autor geworden sind? Ja, ich bin ja nicht mehr so jugendlich wie Sie, Herr Schröder. Also irgendwann im fortgesetzten Alter hat man einen Erfahrungsschatz und vielleicht auch Geschichten, die man erzählen möchte, aber Geschichten, die mit der Heimat verbunden sind, mit meiner Region. Ich habe großen Respekt vor den großen Autoren dieser Welt. Ob sie Heinrich Böll heißen oder ob sie Josef Roth heißen oder Dostoyevsky, Shakespeare und, und, und. Und damit kann ich mich nicht vergleichen. Deshalb habe ich die Form eines Kriminalromans gewählt, denn ich habe ja auch noch einen Hauptberuf und so muss ich morgens quasi zwischen 5 und 6 auf Verbrecherjagd gehen. Und was ist sozusagen der auslösende Punkt gewesen? Ja, all die Licht- und Schattenseiten unserer Region. Wir leben in einer wunderbaren Region. Früher hieß es Preußisch-Sibirien. In dieser Region gibt es viel zu entdecken. Unglaublich viel. Mongeau, Simmerath, Heimbach, Niedegen, die Nordeifel. Aber es gab auch diese dunklen Seiten rund um den Zweiten Weltkrieg und was danach passierte. Und das beschäftigt mich im zunehmenden Alter mehr und mehr. Und ich habe versucht, das sowohl mit Humor, aber auch mit Recherche zu den Fakten in ein Buch zu gießen. Drei Bücher, in vier Bücher. Ob mir das gelungen ist, das müssen die Leser entscheiden. Also Sie, meine Damen und Herren, oder die Literaturkritiker. Es sind, ich glaube, unterhaltende und spannende Bücher zugleich geworden. Ich bin gleich sehr gespannt, was Sie vorlesen. Aber natürlich gestanden Sie mir die Frage, ist denn noch mehr geplant? Weil die Region, wie Sie ja wirklich schon sagen, bietet so viel. Ist da schon was in Planung? Kann ich da schon was rauskitzeln? Oder ist das so, dass Sie von Buch zu Buch denken und erst mal sagen, jetzt wacht mir mal ab, wie das ankommt. Auf was können wir uns einstellen? Sie können sich im Sommer 2021 auf einen denkwürdigen Fall in unserer Region einstellen. Das darf ich verraten. Also Kommissar Fett hat mir die Erlaubnis gegeben. Die Akten sind noch nicht ganz geschlossen. Aus ermittlungstaktischen Gründen kann ich nicht mehr verraten. Aber es wird einen Großeinsatz geben in unserer Region, der auch mit bestimmten Regionen in Düren, in Simonsköl, in Niedingen, in Heimbach zu tun haben wird. Es wird, glaube ich, schwierig werden, da vernünftig rauszukommen. Aber Kommissar Fett hat gesagt zum Schluss, es gibt einen Ausweg. Ja, und da dürfen wir natürlich jetzt gespannt sein. Aber wir sind jetzt viel gespannter, dass Sie uns jetzt gleich aus Tote Biber schlafen nicht vorlesen. Ich bedanke mich für das kurze Interview und ja, euch und Ihnen jetzt viel Spaß beim Zuhören. Danke sehr, Herr Schröder. Sehr gerne. Tote Biber schlafen nicht ist ein Eifelkrimi und spielt im Jahre 2018, beginnend Ende Januar, Februar und endet mit dem Pontifikalamt für die Karlspreisverleihung an Emmanuel Macron. Die Grundfrage ist, wem gehört die Eifel? Ein bekannter Aachener Immobilienhai hängt tot an der Fiktor-Nelsbrücke in Vogelsang und in Krakau wird ein Professor der RWTH Aachen tot aufgefunden. Im Hambacher Forst eskaliert die Gewalt und Kommissar Fett und sein Kollege Schmelzer, der besonders gerne fleischliche Nahrung zu sich nimmt, die ermitteln in diesem Fall. In Düren, Heimbach, Vogelsang und auch in Moresnett müssen Sie auf Spurensuche gehen und Sie finden ein großes Bündel an Motiven, Eifersucht, Rache, Konkurrenz. Die Dynamik kommt auf, als in Kloster Steinfeld dort in der Kläranlage ein weiterer Toter gefunden wird. Jedenfalls ist der tote Immobilienhai ein Fiasko für die Region und auch für Heimbach. Und damit beginne ich nun und zwar mit der Reaktion des Bürgermeisters von Heimbach auf die Information, dass der Immobilienhai Dr. Brauers tot an der Fiktor-Nelsbrücke in Vogelsang hing. Verzweiflung in Heimbach Legge sie mag, so eine Scheiße, so eine Riesenscheiße! Bürgermeister Otto Prick, Anfang 60, gelichtete Haare, goldene Brille und kariertes Sakko über Breitkorthose, schlug mit der Faust auf den Tisch. Der Kaffeepott, Willkommen in Heimbach, dem Tor zum Nationalpark, machte einen Satz, sodass die Ausschussvorlage zur Änderung der Friedhof-Satzung von Heimbach in der besten Bohne ertrank. Bedröppelt stand Paul Hausmann, Leiter Fachbereich Planen, vor dem Tisch des Bürgermeisters. Noch bedröppelter Peter Weismüller, der Leiter Fachbereich Finanzen, der mit feuchten Fingern einen Spritzer Kaffee auf der hellbraunen Hose seines Anzugs von der Stange bearbeitete. Brauers tot! So eine Riesenschweinerei! Und jetzt? Was wird aus der Erweiterung unseres Holland-Parks alles fertig? Der Rat hat alles abgenickt. Sogar der grüne Rudi hat zugestimmt, weil wir uns für seine Elektrolox, der Ruhrtalbahn, einsetzen. Und die Erbsensuppe vom Trappistenkloster ist auch am Arsch. Brauers wollte Maria Wald erhalten. Ohne seine Knete können wir die Suppe selber löffeln. Mann, oh Mann, oh Mann! So eine Schweinerei! Tod an der Fiktor-Nehls-Brücke! Grundsteinlegung, Festkapelle, Spanferkel! Alles geplant, alles für die Katz! Frau Dichand, verbinden Sie mich mit Meier von Vogelsang! Kämmerer und Bauamtsleiter verfluchten den Rücksprachetermin beim Bürgermeister. Beide ernten, eine Scheißwoche für Heimbach und eine richtig miese Woche für die Verwaltung. Meier, Geschäftsführer Vogelsang, sprach wie unter Schock. Das gibt es nicht! Brauers hat uns doch auch unterstützt. Er spendete für das Jugendwerk. Er sprach über eine Stiftung Vogelsang. Tod an der Fiktor-Nehls-Brücke! Warum baumelt der an unserer Brücke? Ja, das frage ich Dich! Will sich jemand an Vogelsang rächen? War Brauers im Weg? Jedenfalls wird die Brücke mehr Besucher haben als vorher, dröhnte Otto Prick. Wir müssen das Beste daraus machen. Krimis gibt es ja genug über die Eifel. Jetzt haben wir einen echten Fall. Ist eine schlechte Jahreszeit dafür. Aber im Frühjahr kommen die Wanderer und werden sich über das Geländer beugen, an dem Brauers hing. Kannst du schon mal ein Metallschild in Auftrag geben? Hier hing anno 2018 der Mäzen Brauers oder so ähnlich. Ja, auf die Werbung kann ich verzichten. Meier stöhnte unüberhörbar. Ja, dann schon lieber einen Wolf im Nationalpark. Der zieht mehr und bringt es in die überregionale Presse. Ich scheiße auf die Wölfe! Hör mir auf mit dem Mist! Die vergraulen die Touris! Die Nachricht fehlt noch! Wolf beißt Wanderer aus den Niederlanden! Oder umgekehrt! Verdammt, das ist alles ein riesengroßer Käse! So groß wie dein Adlerturm! Hoffe, dass Brauers seinen Laden im Griff hatte und wir jemanden finden, mit dem wir weitermachen können. Infrastruktur und Beschlüsse des Rates stehen. Sogar die Grünen sind im Boot. Und die Biberfrage bei Hausen, die war auch geklärt. Da müssen wir durch, durch diesen Mist. Sonst können wir einpacken. Der Landrat tobt, seine Pläne für die Tourismusaufwertung wackeln, wie die Kanadagänse am Obersee. Welche Biberfrage? Meier war bei den Bibern hängen geblieben. Na, an der Ruhr, da kurz vor Hausen, hatte dieser Biberprofessor alles in trockene Tücher gebracht. Umsiedlung der Biber, eigene Biberbeobachtungsstation und der ganze Kram. Biberburgen, Biberfutter, Biberausstellung, Bibermaskottchen, was weiß ich. Jedenfalls haben wir grünes Licht für den Bau. Brauers hatte die Investoren an der Hand. Jetzt hängt der an der Fiktor-Nehls-Brücke. Super! Brick redete sich in Rage, während Reste der umgekippten Kaffeetasse in Tropfenform langsam die Hose über seinem rechten Oberschenkel einnästen. Sie haben ihn runtergenommen von der Brücke. Viel Erfolg, Otto. Ich bekomme heute noch Besuch vom Landschaftsverband Rheinland. Die prüfen die Verwendung der Zuschüsse. Ich mache jetzt Schluss. Ah, die sollen nicht mucken. Wir kümmern uns hier um die Eifel und um die Menschen draußen. Und die sitzen in ihrem Turm in Köln-Deutz und hängen mittags schon beim Päffken, am Kölschfass oder bei der Tand. Mir platzt der Kragen. Seit Jahren kämpfen wir um die Eifel, um unsere Eifel. Jetzt sind wir auf dem Sprung. Vogelsang war die Zündung. Ein Ruhr brummt. Eschhaul ist spitze. Ruhrberg ist ein Knaller. Die weiße Flotte schippert Tausende über den Amazonas der Eifel. Und auch unsere Kunstakademie ist voll mit irgendwelchen Montagsmalern. Wir brauchen mehr Unterkünfte. Und die sollte Brauers beschaffen. Wenn die rumzicken in Köln, dann bekommen sie es mit mir und der Partei zu tun. Ist das klar? Wir müssen zusammenstehen. Für uns, für die Eifel. Hast du mich verstanden? Ja klar, Otto. Meier kannte den Sermon von Prick. Wir halten zusammen, solange das Wasser der Ruhr fließt. Schön gesagt, Meier. Kannst dir mal ein Literaturseminar in der Schenke von Vogelsang geben. Und mach dir nicht in die Hose. Bis bald. Meier und Prick beendeten das Gespräch. Beide ratlos. Prick mit feuchter Hose. So, Kollegen, jetzt trinken wir erst mal einen auf den Schreck. Auf Peter und Paul. Paul Hausmann und Peter Weismüller wechselten die Farbe. Sie vermieden es, Bürgermeister Prick auf den Kaffeefleck anzusprechen, denn sie eilten zur Ablage Tee wie Trinken. Huckizucki stand die angebrochene Flasche Klosterlikör von Maria Wald auf dem Schreibtisch. Drei Gläser stießen aneinander und drei Herren prosteten sich für die nächste halbe Stunde mehrfach zu. Auf den Klosterlikör folgte der deutsche Beamtenlikör. Sechs Ämtertropfen. In grauer Vorzeit von Otto Prick gelagert, erblickte immer wieder und zur Überraschung der Mitttrinker dieses Traditionsgetränk deutscher Amtsstuben das Licht der Schreibtischplatte. Prost, dröhnte Otto Prick und mit einem »Hinein, Onkel Otto« wurde dieser 33-prozentige Stimmungsauffäller verputzt. Frau Dichand, die Vorzimmerdame, wäre sie denn befragt worden, hätte die Stimmung als ausgelassen beschrieben. Still lächelte sie vor sich hin oder in sich hinein. Die Männer, es sind und bleiben Buben, dachte sie. Dann widmete sie sich der Beilage von Edeka in Hasenfeld, Fischstäbchen im Angebot. Bis das Telefon sie bei dem Preisvergleich von 10 Fischstäbchen bei Edeka und 10 Fischstäbchen bei Netto störte. Der Landrat, der Bürgermeister und die Mitfahrerbank. Dichand, Vorzimmer, Bürgermeister Prick. »Nöltgen, Vorzimmerlandrat Schmitz-Backes, der Herr Landrat möchte den Bürgermeister sprechen.« Die Herren wurden miteinander verbunden. Dieselbe Partei, dieselben Interessen, Eifel aufblühen lassen, Tourismus stärken, Verkehrsanbindung optimieren, den Südteil des Kreises Düren richtig wachküssen und endlich in die Geschichte des Kreises eingehen. »Prick, was bedeutet der Tod der Brauers für den Hollandpark?« »Stillstand, mehr kann ich nicht vermuten.« Prick versuchte, seine Zunge unter Kontrolle zu bekommen. Klosterlikör und sechs Ämtertropfen führten zu einem leichten Kontrollverlust. Gepaart mit einem cholerischen Gemüt, konnte dies sehr leicht zu lang anhaltenden Verstimmungen auf Seiten der Gesprächspartner des Bürgermeisters führen. »Stellstand ist Rückschritt, Prick.« »Ja, hat Adenauer auch immer gesagt,« brummte Prick in den Hörer. Ein leichtes Bäuerchen konnte er gerade noch unterdrücken. Mit einer Handbewegung schickte er seine beiden Fachbereitsleiter ins Vorzimmer. Die Tür knallte. Auch diese beiden Herren waren nicht mehr so ganz bei der Sache. »Adenauer?« »Ja, ich meine Adenauer, Sapperlot.« »Sapperlot?« »Wie dem auch sei. Halten Sie die Bürger und die Presse, Heinis, ruhig. »Wir brauchen keine Gerüchte und keine schlechten Schwimmbäder.« »Eppelstimmung.« »Ich meine Stimmung.« »Haben Sie getrunken, Prick?« »Ich warne Sie.« »Getrunken?« »Quatsch mit Soße.« »Hier dampft die Kacke.« »Wir arbeiten rund um die Uhr.« »Kaffee.« »Dieser verdammte Kaffee.« »Ich bin schon ganz benebelt.« »Ja, keine schlechte Stimmung.« »Dann sind wir uns ja einig.« »Ja, meistens.« »Aber ein paar beruhigende Worte aus der Kreisverwaltung, die könnten schon Wunder bewirken.« »Was soll das heißen, Prick?« »Ja, ich möchte die Scheiße hier nicht alleine ausbaden. Wir müssen aus mehreren Kanälen Ruhe verbreiten.« »Weiß Ihre Verwaltung nicht, wer der Rechtsnachfolger von Brauers ist? Wer schaukelt jetzt den Laden?« »Sakra.« »Alles noch unentschieden, Prick.« »Ich glaube, Sie haben gesoffen. Wären Sie nüchtern. Laufen Sie bloß keinem Journalisten ins Mikro.« »Super, Mikro. Wir sitzen hier im Tal der Ahnungslosen.« »Glauben Sie, dass jemand Heimbach sabotieren will, Prick?« »Sabotieren? Heimbach? Wie kommen Sie denn darauf? Noch so eine Idee und ich trinke mir wirklich einen.« »Umweltheinis, sprechen Sie mal mit dem grünen Rudi und der grünen Petra. Vielleicht haben die etwas gehört.« »Und bauen Sie endlich diese verdammte Mitfahrerbank am Ortsausgang von Heimbach.« »Bricht Ihnen doch keinen Zacken aus der Krone, nur weil die Grünen die Idee gehabt haben.« »Schon werden die beiden schnurren wie Kätzchen über der Maus.« »Schnurren. Die bringen mir mit ihren Anträgen jede Ratssitzung durcheinander.« »Prick. Ruhe behalten. Sie bauen die Ferienanlage, schaffen Arbeitsplätze.« »Touristen bevölkern Heimbach. Die Mahlkurse auf der Burg sind ausgebucht und ihre Wiederwahl gesichert.« »Dauert noch zwei Jahre. Bis dahin fließt viel Wasser die Ruhr hinunter.« »Ja, das war bis Freitagabend so, bevor der Brauers an der Brücke hing. Jetzt steht alles in den Sternen.« »Wissen Sie doch genau. Und die Schwimmhalle im Holzbändenpark, die kann sich Düren jetzt auch abschminken.« »Den Klumpatsch haben Sie mit Ihrem Dürener Bürgermeister jetzt an der Backe.« »Prick konnte sich trotz eines gewissen Nebels vor seinem geistigen Auge diesen Seitenhieb nicht ersparen.« »Ah, nicht so schnell. Ich habe schon mit dem Bürgermeister von Düren alles geklärt. Der Stadtbetrieb kann die bauen. Düren soll weiter baden gehen.« »Ja, schön für Düren. Kann der Stadtbetrieb nicht auch den Park an der Ruhr bauen?«, lallte Prick in den Hörer. Das Gespräch dauerte ihm entschieden zu lange. Er schaute wie hypnotisiert auf die Flasche Sechsämtertropfen. »Ah, die dürfen nur in Düren aktiv werden. Wissen Sie doch.« »Ah, Mann, 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 so ein Mist. Jetzt machen wir erst mal die Mitfahrerbank, behalten Sie Ruhe und wir werden über die Kreispolizeibehörde in Düren den Kontakt mit der Mordkommission in Aachen aufnehmen.« »Es soll ein guter Mann sein, der Ermittler. Fett oder so ähnlich, heißt der.« »Ja, na dann.« Die beiden Hauptverwaltungsbeamten legten frustriert den Hörer auf, der eine in Düren im Kreishaus, der andere in Heimbach im Rathaus. Dann rannte Otto Prick mit heraushängendem Hemd an seiner Frau Dichand und an Peter und Paul vorbei zur Amtstoilette. Großer Druck. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nun gibt es einen Sprung von der Nordeifel an den Stadtrand von Aachen zum Gutentenfuhl, einem wunderbaren Ausflugslokal. Dort ist Kommissar Fett mit seiner Kollegin Chantal Kalumba aus Lüttich verabredet, denn es gibt eine Spur, die führt zu den sogenannten seltenen Erden nach Moresnett. Und damit endet dann auch der Vorlesebeitrag aus dem Krimi »Tote Biber schlafen nicht«. Dieses Kapitel heißt nun »Mozzi und die seltenen Erden«. »Bonjour, Michel. Können wir uns kurz sehen? Vielleicht bei dir in Aachen, in einem Café direkt hinter der Grenze?« Der Anruf von Chantal überraschte Kommissar Fett. Er spürte, dass es ihr wichtig war und leider nicht um ihn ging. Kein Flirttermin, kein an die Hand fassen, keine Schwelgerei in Erinnerung an Notre-Dame und Centre Pompidou. »Certainment, klar. Schön, Dich zu hören. Schlage vor im Restaurant Entenfuhl. Du kommst aus Kelmis in Richtung Aachen. Pas de Problem. Finde Dich. Um 15 Uhr. Bis dann. Ah, salut.« Verwirrt starrte Fett auf den Hörer. Schmelzer, sein Kollege, war wieder in einer Vorbereitungsrunde für die Karlspreisverleihung an Macron verschwunden. Das Protokoll der Stadt hatte zum Jurfix ins Haus Löwenstein geladen. Der Ablauf wurde immer komplizierter, die Gästeliste immer länger. Zum Glück hatte Mord immer Priorität. Fett. Pünktlich fuhr Fett an dem strahlenden Maitag zum Gut Entenfuhl, wo bereits Ende April die Tische draußen standen und viele Aachener Frichtluft tankten und Heinsberger Spargel mit gekochtem Schinken, Frühkartoffeln und zerlassener Butter speisten. Fett war früh genug eingetroffen und saß im Schatten der Hauswand an einem hinteren Tisch. Er sah den schwarzen Peugeot 307 mit belgischem Kennzeichen durch den Wald kommen. Er wusste, dass gleich die Blicke aller Männer Chantal folgen würden. Und so war es. Wie ein Panzer glitt sie durch die Stuhl- und Tischreihen. Junior-Kellner Sascha Hambücken rannte mit Karacho und einem Erdbeerbecher in einen Vierertisch mit älteren Damen. Er hatte seine Augen nicht abwenden können. Käthe, der Eisbecher! Zu spät. Der Eisbecher garnierte Käthes Sinn- und Läfferskostüm. Eine Kugel flog in ihre Tasse Schonkaffee. Das Kännchen von Hubertine, draußen nur Kännchen, kippte um und ergoss sich auf Motzi, ihren Blindenhund. Wohlgemerkt, kein Blindenhund, sondern ein Blinderhund. Motzi jaulte, riss an der Leine, die war um die linke Hand von Hubertine gewickelt. Und Hubertine, überrascht von Motzis Raketenstart, sackte mit der rechten Wange in ein Stück Bienenstich, selbst gebacken, in gut Entenfuhl. Chantal lächelte mild. Junior-Kellner Sascha lief knallrot an und wiederholte, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das Chaos am Vierertisch hatte sogar einige älter Herren bewogen, die Aufmerksamkeit auf den Tisch und nicht auf Chantal zu lenken, die nun mit Fett Wangenküste tauscht und ihm gegenüber Platz nahm. Warum so geheimnisvoll, meine Liebe? Ah, deine Liebe, du Charmeur, kannst es nicht lassen. Die Sache ist sehr ernst. Es geht um deinen toten Immobilienhai. Um Brauers? Sascha kam an ihren Tisch. Sie bestellten Mineralwasser und zwei Kaffee. Draußen nur Kännchen, aber das ging in Ordnung. Ah oui, die Kollegen von der Wirtschaftskriminalität haben den Konzern Faire Belgique untersucht. Schwarze Kassen, Bestechung, Vorteilsnahme und Erpressung. Ein Buchhalter ist, wie sagt man, disparu, verschwunden. Eine Kompanie von Anwälten blockiert alle weiteren Untersuchungen. Ich glaube, die Kollegen werden abgehört. Vielleicht werden wir alle in Lüttich abgehört. Darum bin ich direkt zu dir gekommen. Die Sache in Plombier ist wirklich sehr heiß. Da muss es seltene Metalle geben, dass kein Preis zu hoch ist, um den Abbau zu bekommen. Du compris? Verstehst du? Verstehe. Auch ein Mord könnte in die Rechnung passen. Ah oui, auch ein Mord. Aber warum so spektakulär an der Fiktor-Nils-Brücke? Ja, um die Spuren zu verwischen. Könnte sein, bin mir nicht sicher. Ich möchte, dass du sehr vorsichtig bist. Die haben Profis und schrecken vor nichts zurück. Der Leiter der Wirtschaftskriminalität ist gewarnt worden. In einer Mail war genau beschrieben, in welche Klasse seine Kinder gehen, wo sie sitzen und wo sie mittags ihr Sandwich kaufen. Ah, scheiße. Ja, Merde. Pass auf. Auch wenn du Bernd Schmelzer mitnimmst. Er hat einen Sohn. Sie kennen kein Pardon. Zum Glück ist Schmelzer gerade mit Macron beschäftigt. Er ist im Einsatzstab für den Karlspreis. Ah, dann lass ihn in Aachen. Aber sag ihm, wo du bist. Gibt es irgendeine Spur, die direkt zu Brauers führt? Oder eine Spur, die erklärt, wie Fair Belgique an die Information gekommen ist? Brauers hat ja nicht direkt erklärt, dass er dort seltene Erden abbauen möchte. Irgendwo muss etwas durchgesickert sein. Jahrelang hat sich niemand um diese alten Abbaugebiete gekümmert. Ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, dann würde ich es dir sagen. Ich möchte, dass du sehr, sehr vorsichtig bist. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Tote Biber schlafen nicht. Ich wäre ein schlechter Krimi-Autor, wenn ich das Ende verraten würde. Insofern wünsche ich Ihnen, wenn Sie es lesen, viel Spannung und Entspannung. Es gibt noch viel mehr an Motiven als das, was ich vorgelesen habe. Ich erwähne nur den Hambacher Forst oder das angebrannte Sülskotelett bei Frau Hübgen in Sötenich. Vielen Dank. Vielen Dank.